Hilfe! Prüfungsangst! Hier kommen 5 Hacks, die sofort helfen. Willkommen zurück Abitur-Däden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Es gibt eine Sache, die mich, vor allem in euren Nachrichten, immer wieder extrem traurig macht. Und zwar, wenn ich das Gefühl habe, ey, da ist eine Person, die will ihren Traumabiturschnitt wirklich, die macht richtig viel dafür und bereitet sich auch auf die Klausuren richtig gut vor, aber kriegt dann einfach in der Klausur nicht hin, entweder weil sie die Aufgaben nicht versteht oder weil sie Prüfungsangst hat. Und das tut mir einfach so weh, dass ich unbedingt dazu auch das noch mehr thematisieren möchte hier auf diesem Channel. Und deswegen vorab als kleine Schnellhilfe für jeden, der jetzt gleich noch eine Klausur hat, 5 Hacks gegen Prüfungsangst, die sofort helfen. Erstens, bewusst ausatmen. Und damit meine ich nicht dieses klassische, oh, schnauf einfach nur mal tief durch, weil das ist ungefähr das Behindertste, was man einer Person sagen kann, die gerade wirklich Panik hat. Sondern was ich damit meine, ist, dass du wirklich bewusst dich aufs Ausatmen fokussierst. Denn was sind unsere physiologische, also unsere körperliche Reaktionen, ganz automatisch von unserem Körper, wenn wir Angst oder Panik haben. Ja, du gehst irgendwie nach der Straße lang und auf einmal steht eine schwarze Person. Also, du bist früher, vor 3000 Jahren, durch den Wald gegangen und auf einmal Säbelzahntiger vor dir. Ja, das heißt, so ein schnelles Einatmen ist die körperliche Reaktion, die wir eben haben, auf solche Stimulus, also quasi Dinge, die das auslösen, dass wir eben Angst haben. Und was du jetzt eben machen kannst mit deiner eigenen Kontrolle, deines Kopfes, fischst du sagen, ich konzentriere mich bewusst auf langsames, bewusstes Ausatmen. Weil das ist im Prinzip genau der Gegenpart, den man da machen kann. Weil unsere Emotionen haben eine sehr starke Kontrolle über unseren Körper. Aber genauso hat unser Körper auch eine sehr große Kontrolle über unsere Emotionen. Und wir Menschen denken immer, ich habe Angst und deswegen schwitze ich und deswegen habe ich Dinge vergessen. Und sie denken immer, die Emotionen kontrollieren komplett ihren Körper. Verstehen aber überhaupt nicht, dass sie selbst die Kontrolle darüber haben, auch mit ihrem Körper ihre Emotionen zu beeinflussen. Und wenn du quasi immer, kannst du diese Angst auch einfach senken. Und das ist so der erste, allerwichtigste Hack. Zweitens, Worst-Case-Szenario. Bei diesem Tipp muss man auf jeden Fall aufpassen, was man für ein Typ ist. Weil für manche kann es das noch schlimmer machen, anderen hilft das sehr, sehr stark. Und zwar, dass du dir wirklich mal belegst, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Was ist wirklich der Worst-Case, also der schlimmste Fall. Denn wenn du dir in einer Prüfung wirklich mal belegst, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Das Allerschlimmste kann sein, ich gehe in die Prüfung rein, habe einen kompletten Blackout und weiß gar nichts mehr. Ich habe, check einfach gar nichts mehr. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann wirst du vielleicht merken, okay, erstens, selbst wenn ich in dieser Klausur 0 Punkte habe, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Also im Vergleich zu der krassen Angst, die ich habe. Aber wie gesagt, auch dieser Gedanke kann wieder sehr viel Angst auslösen, deswegen musst du für dich selbst überlegen. Aber zweitens auch vor allem zu erkennen, jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich in die Prüfung reingehe und ich habe die ersten 5 Minuten, check ich gar nichts. Da habe ich doch immer noch genug Zeit, dagegen auch vorzugehen. Ich kann nochmal an was Besseres, an was Positiveres denken. Ich kann einfach aufs Klo gehen, nochmal kurz eine Pause machen, nochmal refreshen. Was auch immer. Aber zu erkennen, hey, selbst wenn es richtig kacke läuft, liegt immer noch so viel in meiner Macht. Oder auch die eine Klausur ist im Big Picture gar nicht so wichtig, wie ich gerade fühle. Das kann auch nochmal manchmal sehr, sehr gut helfen. Drittens, Konzentration auf Stärken. Angst entsteht meistens dadurch, dass wir uns eben denken, so Gedanken haben wie, Ich habe mich nicht gut genug vorbereitet oder den einen Stoff kann ich nicht oder dieses Fach liegt mir überhaupt nicht. Deswegen versuche nicht solche Gedanken zu denken, sondern konzentriere dich mal auf im Prinzip all die Gründe, warum diese Klausur gut werden sollte. Zum Beispiel, vielleicht ist es ja ein Fach, was dich sehr interessiert. Das heißt, du sagst, okay, ich bin vielleicht nicht so gut vorbereitet, aber mir macht es trotzdem Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn ich dann bei einer Aufgabe länger überlegen muss, habe ich dafür eine Begeisterung und komme vielleicht trotzdem auf die richtige Antwort. Oder du sagst dir, ich schaffe es eigentlich ganz gut, auch wenn ich nicht so gut vorbereitet bin, irgendwie herauszufinden, was das Richtige hinzuschreiben ist. Oder im Worst Case kann ich ja spicken oder sonst was. Es ist vollkommen egal. Oder vielleicht hast du dich auch richtig gut vorbereitet. Dass du dann halt auch wirklich sagst, ey, ich bin gut vorbereitet, ich habe so viele Stunden da reingeschickt, ich brauche einfach nichts Angst zu haben, weil ich bin am Start. Ich bin am Start und das hilft dir auch nochmal vom Fokus her extrem krass. Viertens, Referenzerlebnisse. Du hast bestimmt schon mal eine ähnliche Situation gehabt, wo du gedacht hast, boah, ich bin nicht gut vorbereitet oder die Klausur wird mega schwer und dann ging es doch ganz gut, klar. Stell dir solche Ereignisse, die in der Vergangenheit schon passiert sind, einfach jetzt nochmal bewusst vor. Überleg dir auch wirklich, hm, ähm, was weiß ich, bei der einen Klausur, in der ich nicht so gut vorbereitet war, habe ich es trotzdem irgendwie hinbekommen, 12 Punkte zu schreiben. Oder wirklich einfach, hol dir nochmal all diese Erlebnisse, all diese Erfahrungen aus deinem Vergangenheitsschatz im Prinzip einfach zu Kopf, damit du dann einfach wirklich auch dir denkst, hey, es gab ja schon so viele Szenarien, da lief es auch gut. Warum sollte es jetzt auf einmal aus unerklärlichen Gründen so viel schlimmer werden? Und, ähm, das wird einfach nochmal helfen, weil dein Kopf einfach merkt, okay, eigentlich in der Realität ist das Ganze, ja, viel einfacher, als ich dachte. Fünftens, Vorstellung verändern. Eine der geilsten Sachen, die man in Bezug auf Prüfungsangst machen kann, ist zu realisieren, lol, ich habe gar nicht Angst vor der wirklichen Prüfung, weil wenn die Prüfung wirklich da ist, habe ich eigentlich keine Zeit mehr Angst zu haben, weil ich muss ja schon die Aufgaben beantworten. Ich habe immer nur Angst vor meiner Vorstellung von der Prüfung. Das ist crazy. Das muss mich wirklich mal in den Kopf eingelassen. Ich habe nicht Angst vor der wirklichen Prüfung, ich habe Angst vor meiner Vorstellung von der Prüfung. Und, wie deine Vorstellung ist, liegt ja 100% in deinen Händen. Sprich, verändere diese Vorstellung. Anstatt die ganze Zeit zu sagen, oh, es wird zu schwer und ich habe mich nicht vorbereitet und dadadadada. Geh doch einfach mal in ein ganz anderes Mindset. Geh wirklich von der Visualisierung rein in, es wird mega gut, konzentriere dich ganz, stell dir das bildlich vor, wie das ablaufen wird. Weil, sobald du diese Vorstellung von der Prüfung für dich veränderst, so wird sich auch sofort deine Emotionen verändern und das ist einfach der komplette Game Changer. Wenn du noch das andere Video, was ich bereits zu Prüfungsängst gemacht habe, mit noch weiterem psychologischem Hintergrundwissen, wirst du hier rechts oben einfach draufklicken und dann bist du da auch mit dabei. Ansonsten denk dran, vor allem, wenn es kurz vor der Prüfung ist, ich glaube an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo. 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 Vielen Dank.